Setzen Sie ein, schwierige Präpositionen und Präfixe. Sie sucht eine Antwort auf die Frage. Er hat sie dazu gezwungen, aufzugeben. Sie verklagte ihn auf Schadensersatz. Er dankte ihr für den Auftrag. Sie bezieht sich auf das Angebot. Er hat eine Bestellung über drei Geräte mit zwei Jahren Garantie abgegeben. Sie kann es auch mit Karte bezahlen. Er war beim Einkauf vorsichtig. Sie war bei ihm angestellt. Er arbeitete für sie. Sie ist gegen Schäden versichert. Es deutet auf einen Rückgang hin. Er verwies auf sie. Sie ist gegen Schäden versichert. Sie suchte einen Beweis dafür. Der Preis stieg um drei Prozent an. Er erhöhte sich um drei Prozent. Sie erkundigte sich nach ihm. Wodurch unterscheiden sie sich? Er verlässt sich auf sie. Sie äußert sich zu diesem Thema. Er verzichtete darauf. Er verzichtete darauf. Sie war dafür verantwortlich. Er sorgte für Klarheit. Er sorgte für Klarheit. Das führte zu Unsicherheit. Sie wunderte sich über ihn. Er übernahm sich damit. Sie forderte von ihm eine Erklärung. Er ist für 130 Grad. Er wird sich über die Schäden versichert. Er ist eine Erklärung. Er wird sich über die Schäden versichert. Er wird sich über die Schäden. Er wird sich über die Schäden versichert.